Warum meine Kinder in die Arche gehen? Ich weiß, dass sie dort sicher sind, satt werden, Freunde finden, Hilfe bei den Hausaufgaben bekommen und etwas lernen. Sie werden ernst genommen und haben Spaß. Und auch ich werde dort ernst genommen, kann dort offen über meine Sorgen und Probleme reden. Schön, dass es die Arche gibt. Tschüss.